Die Linksherzinsuffizienz ist ein Komplex von Beschwerden und Zeichen, die resultieren von einer Verminderung meistens der Kraft der linken Herzkammer oder der erhöhten Steifigkeit der linken Herzkammer. Das Ergebnis ist eine Druckerhöhung in der Vorkammer und eine gestaute Lunge. Die gestaute Lunge verhindert die Atembewegungen vor allem unter Belastung. Deshalb beklagt der Patient eine Belastungsluftnot in den ersten Stadien und später auch unter Ruhebedingungen.